hi okay so heute würde ich gerne mit euch über ein thema reden was mich persönlich richtig belastet und zwar ist das pelz ja den pelz sehen wir mittlerweile wieder überall an jeder jacke an jedem mützenbommel überall überall echter pelz und ich finde irgendwie oder ich habe den eindruck dass das thema so ein bisschen totgeschwiegen wird was ich überhaupt nicht verstehen kann weil ich wissen die leute nicht was passiert mit den tieren oder ich verstehe nicht warum und deshalb mache ich auch dieses video ich würde gerne von euch wissen ob ihr eine antwort für mich habt ob ihr vielleicht selber pelz tragt oder ob ihr da auch voll gegen seid weil irgendwie habe ich den eindruck dass ich da ziemlich alleine da stehe weil mit den ganzen leuten mit denen ich bis jetzt darüber geredet habe sie sehen das irgendwie nicht so problematisch wie ich ja ich habe auch den ganzen gesprächen die ich geführt hatte drei verschiedene arten von pelzträgern kennengelernt vielleicht gibt es noch mehr vielleicht kennt ihr ja noch ein paar der erste das ist der der überhaupt keinen plan davon hat dass der überhaupt pelz trägt weil es ihm vielleicht als kunstpelz angedreht wurde weil ja kunstpelz ist mittlerweile teurer als echter pelz deshalb wird einfach hunde leder feld aus china missbraucht und es wird gesagt dass das kunstpelz ist weil ja es ist einfach billiger und geld ist ja bekanntlich für die menschen irgendwie alles und deshalb werden tiere so krass zu produkten ja und gerade in der pelzindustrie sterben die tiere ja wirklich nur wegen dem pelz und man verwirft den ganzen rest weil wer möchte schon mehr zu essen oder so ja okay die in china die essen hunde aber unter dem also die haben wir noch mal ganz andere bedingungen als die in deutschland und ich finde die in deutschland schon nicht gut für die ganzen massentierhaltende sachen ja die in china setzen noch ein paar schippen drauf also ich weiß es was ich jetzt erzählen werde klingt alles andere als schön aber die hunde werden da oder die ganzen tiere in china besonders und in deutschland auch werden in enge käfige gesperrt für das ganze leben lang und dann wenn es soweit ist und das feld ist schön und die tiere sind ausgewachsen dann ja werden die raus gelassen in china zumindest da sind die ganzen videos auf peter da werden die dann in so einen riesen raum gebracht wo die hunde schon sehen was mit denen passiert weil die hunde werden einfach nacheinander da erschlagen oder es ist echt gruselig darüber zu reden auf jeden fall werden die dann erschlagen manche sind dann auch nicht richtig tot oder manche werden dann einfach direkt gepackt und aufgehangen und dann bei lebendigen leibe gehäutet andere gucken dann dabei zu wie der vorgänger da erschlagen wird bevor dann an der reihe sind und an die ganzen schreie von hunden die in den videos sind das ist echt krass also ich wusste nicht dass hunde solche geräusche machen können also ja ihr könnt euch ja wenn ihr wollt das video angucken als es ist aber also man braucht echt starke nerven dafür ich kann auch verstehen wenn man das nicht angucken will aber dann finde ich sollte man erst recht kein pelz kaufen weil die augen dazu davor so verschließen und dann pelz tragen das finde ich das finde ich überhaupt nicht also ich finde schon pelz tragen geht gar nicht aber das ist dann noch mal schlimmer ja also die ja das war die erste art von pelzträgern die ich kennengelernt habe die leute die es einfach nicht wissen dann habe ich leute kennengelernt dies sehr wohl wissen die auch wissen was mit den tieren passiert bei denen es einfach scheiß egal ist die die meisten nicht kennengelernt haben die haben dann so gesagt ja ich weiß ich weiß was mit dem passiert aber das ist ja schon schön und das trägt ja jetzt auch jeder und so schön kann das ja nicht sein und peter stellt ja sowieso alle schlimmer da und ja das sind die schlimmsten pelzträger die oberfläche also sorry aber für mich sind das echt die leute ich kennengelernt habe echt oberflächliche menschen die einfach toll die einfach geil darauf sind so ein accessor zu haben und der fellbommel der sieht ja viel schöner aus als kunstpelz und ja okay ja stimmt er sieht schöner aus aber ist das ernsthaften grund sind wir schon so tief gesunken ernsthaft dass nur weil es schöner aussieht so echter pelz müssen wir den ein müssen wir alle den feld an den jacken haben oder an den mützen die der hätte er uns nicht mal waren das ist einfach nur einfach nur zum angucken und das finde ich echt abartig wie lange trägt man so eine jacke ein jahr also ja kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und es gibt kunstpelz der zwar ein bisschen teurer ist aber der dann wirklich genauso aussieht wie echter pelz aber das ist dann wahrscheinlich wieder zu teuer für die leute weil echter pelz ist mittlerweile schon zum teil wirklich billiger als kunstpelz ja traurig dann habe ich noch die leute kennengelernt die auch bescheid darüber wissen dass es echte dass die echten pelz tragen aber die sind halt so ein bisschen naiv schließen die augen wissen halt nicht so was passiert die denken das ist so ein abfallprodukt also das tier wird ja sowieso getötet und wieso sollten wir dann nicht auch den pelz verwenden und ich glaube die wollen einfach auch gar nicht wissen was da wirklich hinter steckt weil es sieht ja so schön aus und ja es trägt ja jeder und es ist ja jetzt voll in mode was ich mir auch oft anhören musste ist wenn ich mal irgendwen darauf angesprochen habe die haben mich direkt angehuckt ja das meiste ist doch sowieso kunstpelz und die machen das heute schon so gut und nein ich finde man kann in 80 prozent der fällen ganz offensichtlich erkennen ob das direkt auf den ersten blick ob das echter pelz ist oder nicht der echter pelz ist einfach viel flauschiger der wenn man draußen ist der weht wirklich extrem im wind wie halt echte haare und ja die meisten echten pelze sind halt auch so von den haaren ja unterschiedlich lang aber halt viel feiner und man sieht es einfach direkt ich werde auch mal so vielleicht versuchen noch ein foto einzufügen man sieht es eigentlich ziemlich schnell aber für die leute die dann im laden stehen und sich denken da steht zwar kunstpelz aber ist das jetzt wirklich echter pelz und die den nicht kaufen wollen wenn es echter pelz ist für die habe ich jetzt noch ein tipp ich habe hier auch natürlich kunstfellen eine das erste wäre halt wenn man da so ein bisschen drüber bläst also so wenn sich das fell also wenn das fällt sich halt nicht groß bewegt wenn man dadurch bläst also das ist sehr lang da sieht man das nicht so gut aber in den meisten fällen da ja weht das halt nicht so wie echte tierhaare dann gibt es den zweiten den finde ich eigentlich am besten da könnt ihr einfach so die haare so ein bisschen zur seite streifen und dann könnt ihr da gucken ob da halt leder dahinter ist das sieht man relativ eindeutig oder halt so gewebtes und hier ist das halt ja man sieht das nicht so gut auch nicht wenn ich das in die kamera halte glaube ich aber dahinter ist halt einfach gewebtes und den dritten ja das kann man im laden glaube ich nicht so leicht prüfen aber wenn man halt so ein kunst also wenn man so ein haar abreißen würde und das anzünden würde und man würde dann riechen dann riecht der kunstpelz extrem nach plastik und der echte pelz hat nach haaren das habe ich erst gedacht okay vielleicht kann man das nicht so gut unterscheiden aber ich habe es echt mal ausprobiert mit meinen eigenen haaren und man riecht das wirklich ganz eindeutig ja zum schluss würde ich gerne eure meinung dazu wissen also was haltet ihr von den ganzen ist euch das auch schon aufgefallen dass jetzt so viele leute pelz tragen ja es würde mich richtig interessieren und ich hoffe dass ich kritik und alles so unten in den kommentaren lesen kann und falls ihr auch pelz tragen ich werde euch dann nicht beschimpfen ich würde gerne wissen warum und ja vielen dank fürs ansehen und hoffentlich bis zum nächsten mal